Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Child of Light. Ich habe in der Pause wieder mal gegen 2-3 Gegner gekämpft, um im Level zu steigen, damit es nicht zu langweilig im Let's Play selber wird, wenn wir ständig irgendwelche rundenbasierten Kämpfe machen. Dabei ist mir diese Schnecke aufgefallen, passt mal auf. Die läuft rund. Fand ich irgendwie spitze. Und ich habe gesehen, dass wir uns hier unten, jetzt müssen wir glaube ich warten, nee das war glaube ich der nächste. Genau, hier wehen anscheinend sehr sehr starke Winde. Und wir können uns aber hier unten gleich noch einen Bonus abholen. Das machen wir mal schnell. Genau, hier drüben ist nämlich so ein Ding, Grünzeugteil. Und ich glaube wir können es angreifen und hier geht es auch anscheinend irgendwo hin. Oh, das konnten wir aus der Ferne öffnen, das habe ich erst gar nicht gesehen. Aber können wir einfach rum drüber. Das macht gar nichts. Okay, wir können es aber angreifen. Okay, das sind Pflanzen. Pflanzen sind immer sehr gegen Feuer anfällig. Aber wir können uns mal ein bisschen hochhealen mit beiden Sachen. Was machen wir denn? Sie kann sich mal verteidigen. Und du machst dem Feuer unter den Hintern. Und du hiebst es einfach weg. Probieren wir es nochmal mit dem Hieb. Und wir probieren es als nächstes mit Feuer. Weil... Oh Mist, ich dachte der ist schon tot. Naja, ärgerlich. Na, noch ein Hieb. Komm, jetzt aber. Na endlich. So, jetzt machen wir den aber platt. Und zwar mit Feuer. Oh, sieht man noch Feuer dran? Nein, leider nicht. Aber er hat nur irgendwas gesteigert von sich. Ich habe gar nicht aufgepasst, was. Ich musste gerade mal auf den Timer schauen, ob ich denn alles noch hier in den Wagen habe. In den Wagen, in den Bogen. In der Waage halte. So. Und wir haben schon wieder Stufenaufstieg zu verzeichnen. Das ist super. Mich interessiert, wo ist hier hinten. Hier geht es nicht weiter, ne? Wo kommen wir denn hier hin? Oh, Bonus, oder? Sieht so nach Bonus aus. Okay, da ist Wind. Und was haben wir hier? Hier ist eine Tür. Oh, hier gibt es irgendwo wieder Sternenstaub. Wir müssen aber anscheinend von der anderen Seite zur Tür. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Ich habe jetzt befürchtet, dass der Wind so stark ist, dass er uns zurückbläst gegen diese Teile. Oh Gott. Ist das anstrengend. Nochmal, bitte. Genau. Oh. Uff. Oh, wie weit denn noch? Oh, shit. Aber wir kriegen nicht viel abgezogen. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet, dass man vielleicht instant tot ist oder so. Nein, wir wollen hier rein unbedingt. Denn wir wollen diese Kiste. Ein ungeschliffener Rubin. Äh, was ist das? Moment, 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 Moment. Wie kriegen wir das denn da runter? Müssen wir hier irgendwo was... Ah, hier. Okay. Aber das ist ja gar nicht relevant, irgendeine Zeit hier, oder? Kann ich das... Wirkt das was? Okay. Ah, ich verstehe. Das Ding muss permanent dort oben draufstehen. Ich wollte gerade sagen, geht das nicht eigentlich zu dann an der Stelle? Hier war aber... Ne? Steuerung. Da kann ich gar nicht hin. Ne? Ich wollte nicht drüber fliegen. Ich wollte es anfassen und schieben. So. Kurz warten. Und... Los! Schade. Schiebe es, schiebe es, schiebe es, nimm es! Sie hat nicht gewollt. Ich glaube, das geht nur, wenn sie auf dem Boden steht oder so. So, jetzt darfst du uns nach oben treiben. Oh, hier haben wir mal ein Schatzkammer entdeckt. Wir haben Magie-Sternenstaub, ein ungeschliffenen Smaragd. Röhmchen-Flitter-Zeug. Und ein ungeschliffener Smaragd. Dann machen wir hier bestimmt das Tor auf. Genau, da kommen wir nämlich wieder ordentlich zurück. Und ein Anti-Dot. Oder Anti-Dot. Und ein ungeschliffener Smaragd. Super. Hier hinten geht es nicht weiter. Oder ist hier hinten noch irgendwas? Nein, nur Bildschirm. Sehr cool. Oh, na, da kommen wir nicht mehr lang. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Und wieder raus aus dieser tollen Schatzkammer. Gut bewacht. Hier links drüben. Boah, voll oben dran gehämmert. Links drüben waren wir schon. Ah, nein, hier war ich alleine schon. Ich erinnere mich. Da habe ich nämlich erst unten das Ding entdeckt. Ich habe hier die Feinde besiegt, die sich hier rumgetrieben haben. Und habe dann unten dieses Vieh entdeckt vor der Tür. Und da dachte ich, das will ich mit euch zusammen machen. Oh Gott. Nicht ganz wegtreiben. Okay. Hier brutzelt irgendwo... Nein, ich will da hoch. Hier brutzelt irgendwo Staub. Hier ist es. Ich glaube, das war Verteidigung und Sternenstaub. Okay, da unten kommt es raus. Nein, 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 bloß nicht. Nicht so weit runter. Da haben wir es ja jetzt geschafft eigentlich. Es weht und gläst ein stärkerer Wind. Nach dir, mein Vater, sehnt sich dein Kind. So viel Gefühl. Ach, wüsste ich doch auch. Aurora, wofür man einen Vater braucht? Der Vater bringt mich nachts ins Bett. Hält mich, wenn ich einen Albtraum hätte. Immer weiß er, was ich brauch. Es ist mein bester Freund und immer nett. Ein einziger Vater all das tut? Darin sind Väter richtig gut. Sehr süß erzählt. Oh, eine Kiste. Mit einem Rubinchen. Kommen wir hier noch irgendwo hin? Zettel. Sehr gut. Nein, nein, nicht zurück. Bitte nicht. Nicht ganz zurück. Bitte nicht. Na dann. Nochmal. Und hier warten. Also nicht mehr zurückgehen. Wir merken uns das. Sehr gut. So. Huch. Jetzt hier durch. Ist da oben noch was? Oh, da können wir hin. Nein, 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 nein. Oh, shit. Und bitte nicht ganz rum. Okay. Und hier rüber, hier rüber, hier rüber. Jetzt aber. Wir warten jetzt diesen Luftstoß ab und gehen mit dem Nächsten erst hoch. Gut. Mal sehen, ob wir es auf demselben Weg wieder zurückschaffen. Gerade so. Nach unten geht es aber nicht weiter. Gut. Hier ist auch nichts. Ist das wieder so ein Schrein? Ein Weg zu den Rambet-Ebenen? Ist hier noch irgendwas? Schaut mal, hier der Golem. Aber hier befindet sich gar nichts mehr. Hm. Na dann, gehen wir mal gucken. Aurora wanderte über traurige Auen hinab in ein staubiges Tal. Hoch und tief suchte sie Sonne und Mond. Die Verzweiflung wurde ihr zur Qual. Doch gerade als sie sich sicher war, die Suche sei vergeblich, jeder Hoffnung bar, gab der Pfad ihr Preis. Nein, nicht der Sonnelicht. Geduld, mein Kind. So schnell geht das nicht. Ein unerwartetes Wiedersehen. Oh, ich, Nikolos, komm geschwind. Tiefer als tief komm ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohen such nicht noch immer. Was ich euch übrigens sagen würde, ich kann leider den Sprachsound nicht separat anpassen. Also ich kann die Effekte trennen vom eigentlichen Sound. Die Stimme scheint aber an den Hintergrundsound gebunden zu sein, sodass die relativ leise ist. Würde ich den aber hochschrauben, haben die Effekte keinen Effekt mehr. Ja. Kiste. Ein Zaubertrank. Hier hinten geht es irgendwo zurück, ne? Genau. Wir haben das Haus von diesem Zwerg leider nicht gefunden, aber ich würde sagen, das kommt noch irgendwann. Und ich bin gespannt, was das für ein Wiedersehen ist, um das es hier gerade geht. Was ist das da am Wegesrand? Der Zirkus war hier, ganz ohne Frage. Sobald wir das Zelt finden, lasse ich meine Stimme erklingen und beginne meine brillante Bühnenzukunft. Du meinst Karriere. Hör, was ich sage. Sie weigert sich ein bisschen stark gegen die Reimerei. Obwohl ich das eigentlich... Oh, was ist das denn? Wartet. Kommt das nochmal hoch? Da, passt auf, da sind die Ohren. Oh, guckt mal. Können wir das mitnehmen? Moin. Schade. Ein bisschen gesäubert. Das kommt hier einfach vom Himmel. Und katapultiert uns nach unten. Da können wir rein. Und wir haben ein starkes Heiltonikum. Wir schauen noch gleich weiter. Ich habe bloß immer Angst in der Höhe und in der Tiefe gleichzeitig so viel zu verpassen, dass ich immer hoch und runter fliege. Oh. Du siehst nach einem Gegner aus. Was ist denn hier? Okay, das... Ist das so? Erleuchten kann ich es nicht. Na dann. Würde ich sagen, wir greifen ihn aber selbst an. Damit wir im Vorteil sind. Okay, Sternenlicht einsetzen. Wie sieht der denn aus? Was könnte der denn? Schade, dass er nicht so was hat wie... Ich mache einfach mal Verteidigung. Und mit dir mache ich Sternenlicht auf alle. Und mit dir... Schlag auf den da einfach. Nein! Der unterbricht mich. Nee, hat er nicht, Gott sei Dank. Okay. Sind wir die schon mal los? Und der macht einfach einen Schlag. Machen wir uns in der Zeit mal ein bisschen Zeug zurück. Ein paar Pünktchen und so. Und mit ihr noch ein Hieb. Sehr gut. Das Schwein! Hey, Schwein, du! Dort oben ein Schwein... Äh, dort oben ein Schwein mit Flügeln. Achilles? Vielleicht haben wir uns geirrt. Und... Oink! Das kann nicht unser Achilles sein. Die leuchtende Tinte fehlt auf diesem Schwein. Okay. Aber wir wissen, dass wir von der Gegend her anscheinend schon mal richtig sind. Ein Einlullelixier. Dort gehen wir gleich rein, versprochen. Ich will bloß gucken, ob er vielleicht hier weiter hinten irgendwo ist. Noch so ein Riesenvieh. Und sowas hier. Beschleunigungselixier. Oink, oink. Auch keine Tinte. Hat es kein Zeichen? Lassen wir es in Ruhe. Oh, hier ist was. Oh, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das habe ich erst zu spät gesehen. Ich dachte, das ist normale Mühle. Okay. Au. Oh Gott, geh weg, bitte. Nein, da wollte ich noch gar nicht hin. Täuscht mich mein Auge, Ignikolos, ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das denn sein, du lagst im Bett? Aschfar wie ein Brett, es war zum Verdrießen. Das ist ein Wunder. Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lang bist du schon hier? Wie geht es, Vater? Er fühlt sich schlecht, leidet gar sehr. Seit er zu Bette liegt, einen Tag ist es nun her. Sanft habe ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Wieder verschrömte herrlichen Duft, dann das Grauen. Den Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zehrte man mich in einen Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir für wahr. Jedes Hindernis heute und immer da. Die Tinten-Aurora übrigens sieht ihr sehr ähnlich. Die hat auch so weißes, langes Haar. Und jetzt haben wir Nora in der Gruppe. Hervorragend. Aber ich würde gerne erstmal hier hinten noch weiter gucken. Ganz vorsichtig. Aber liebe Leute, bevor wir das Schweinchen weitersuchen und hier hinten noch so lang gucken, was sich hier denn noch alles befindet, würde ich sagen... nehmen wir das hier mit. Huch! Hier ist nichts. Und machen eine kleine Aufnahmepause, während ich hier noch durch die Luft fliege. Von hier drüben kommen wir ja, ne? Also hier kann das Schwein schon mal nicht gewesen sein. Ich hoffe, es fällt uns auch wirklich auf. Also ich würde die Quest echt sehr, sehr gern erfüllen. Aber bevor wir dort sind, gehen wir in diesen Tunnel hier hinein. Dort gibt es bestimmt irgendwas zu holen. Und wir machen eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode wieder los. Wenn es heißt, let's play Child of Light, lasst uns das fliegende Schwein finden. Bis dann. Tschüss. 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 tsch ô. Vielen Dank.